Ich weiß nicht, wie geht's dir? Ziemlich beschissen, wenn ich dich so sehe. Ja, so geht's mir auch. Was sagst du dazu? Ich würde dich gerne umbringen. Ja, super. Es ist viel zu früh. Allerdings ist es gerade so früh, weil ich jetzt zum Bahnhof Köln fahre und dann vom Bahnhof mit dem Zug aus nach Österreich. Wundervolle Aussicht. Es ist so viel vergangen Zeit... Ich hab Deutsch verlernt. Ich bin auf jeden Fall in Österreich angekommen. Es ist mittlerweile tatsächlich schon dunkel draußen. Und ihr hört's auch schon. Es regnet. Ja, dann fahr ich einfach kein Ski. Auf jeden Fall sind meine Schwester und ich jetzt schon im Hotelzimmer angekommen. Überall liegen schon Sachen von uns rum. Ich pack grad meinen Koffer aus und morgen... Oh mein Gott. Surprise, surprise. Ihr hört schon eine epische Musik. Wir machen morgen eine Alpaka-Wanderung. Wir fahren auf jeden Fall morgen schon um 8.30 Uhr los in den Vorort von unseren... Wie kann unser Ort eigentlich einen Vorort haben? Da wo wir sind, da leben vielleicht 15 Leute oder so. Wie viel wohnen dann in dem Ort, Alter? Eine Person? Wahrscheinlich halt nur der Typ mit seinen Alpakas. Auf jeden Fall will ich jetzt noch gar nicht mehr lange labern. Ich bin auf jeden Fall übertriebenst müde. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen... Wir sehen uns doch nicht beim Frühstück wieder. Denn die Alpaka-Tour wurde abgesagt. Aufgrund von schlechten Wetter. Es ist am schneien. Es ist schön kalt. Wie soll's sonst sein in Österreich? Auf jeden Fall wird die Alpaka... Herzlich willkommen zum besten Vlog der Welt. Die Alpaka-Tour wird jetzt auf jeden Fall abgesagt. Beziehungsweise nicht komplett abgesagt, sondern verschoben auf Übermorgen. Da soll kompletter Schneesturm sein. Also das wird auf jeden Fall mega gut klappen dann. Allerdings habe ich mir heute... Jetzt war aber mein Handy Ihnen gefallen. Ich habe mir heute den ganzen Tag eigentlich freigenommen für diese Alpaka-Wanderung. Und jetzt... Schaue ich mir den ganzen Tag hier den Schnee an. Ne Freunde, ich gehe jetzt erstmal in den Spa-Bereich ein bisschen chillen. Update. Ich, wie ihr sehen könnt, bin doch nicht im Spa-Bereich. Sondern gehe jetzt mit Mama in den kleinen Ort, Dörfchen hier, whatever, einen Brief wegbringen. Vielleicht hätte ich doch bessere Schuhe anziehen sollen. Die Alpaka-Wanderung Wir wollten ja eigentlich eine Alpaka-Wanderung machen. Die findet jetzt morgen statt, ne? Ja. Morgen um 10 Uhr findet die statt. Die sollte eigentlich gestern stattfinden, aber... Da kommen immer mehr! Da hinten ist gerade noch ein anderes Alpaka rausgekommen. Echt? Irgendwie sind die süß, aber irgendwie auch total hässlich. Quasi genauso wie ich. Wir sind jetzt mal von hinten an den Stall rangegangen und... Tada! Irgendwie... Haben die keinen Bock auf uns. Ohhhh! Der hat voll viel in den Haaren hängen. Was haben die denn da alles in dem Fell hängen? Der sieht schon süß aus. Oh! Er hat das in den Fronten gemacht, so eine Wanderung. Ah ja. Eigentlich wollten wir einen Brief wegbringen. Jetzt waren wir gerade gefühlt eine halbe Stunde bei den Alpakas. Und jetzt war die Post schon da und wir haben verkackt. Hammer wie du filmst. Das ist halt Österreich, Freunde. Läuft da einfach so lang. Und hier sind so tausend Kühe plötzlich. Dieses Haus beschreibt es halt Österreich in einem Bild. Hier ist so dieses Haus mit diesen alten Fensterläden. Hier ist so eine Krippe und dahinter sind Tiere. Hier ist auch ein Tier. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder zurück ins Hotel. Und dann werde ich ein bisschen Spa-Chillerei machen. Ich habe gerade vier Stunden gepennt. Welcher Tag ist heute? Hier habe ich gerade einfach geschlafen für vier Stunden. Und das ist einfach arschkalt. Und meine Hände... Das ist wie ein Eiswürfel. Ich habe keine Ahnung, was die letzte Szene in diesem Vlog war, weil ich absolut keinen Plan habe, was ich in diesem Vlog bisher schon gefilmt habe. Und ihr kennt mich, wenn ich vlogge. Ich habe übrigens ziemliche Augenringe, weil ich ziemlich wenig gepennt habe. Aber das interessiert euch alles nicht. Was euch allerdings interessiert, ist das hier, glaube ich. Es hat unnormal schön geschneit. Und jetzt ist die Alpaka-Wanderung. Die Alpaka-Wanderung wurde abgesagt. Die Alpaka-Wanderung findet jetzt in drei Tagen statt. Am 26. Und das hier ist ein Roller. Schon cool. Die neue Alpaka-Wanderung soll jetzt auf jeden Fall am 26. Dezember stattfinden. Heute ist der 23. Also in drei Tagen. Aber... Ja, ob das auch stattfinden wird oder auch ausfallen wird, das werden wir dann sehen. Das heißt allerdings, ich mache jetzt wieder Spa. Basenbrühe. Es sieht einfach aus wie Pisse. Und schmeckt auch so. Wenn man die nachkochen will, braucht man Sellerie, Möhren, Grünkohl, Blumenkohl, Petersilienwürzen und... Oh, ich bin auch noch mit drin. Einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ich habe jetzt eine entspannende Gesichtsbehandlung. Leute, ich habe gerade so eine enzymazid-fruchtsäure Scheißbehandlung gemacht. Alter, mir ging es noch nie so beschissen. Meine Haut fühlt sich an, als wäre ein Elefant drüber gelaufen. Ich habe absolut keine Ahnung, was die letzte Szene in diesem Vlog war. Letzter Vlogger aller Zeiten mal wieder zurück. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Kirche, weil es ist heilig Atem. In der Kirche war es mega schön. Aber seht ihr das hier? Und hier an der ganzen Seite? Mich hat eine Kuh angepisst. Meine Damen und Herren, ich habe mal wieder, surprise, surprise, vergessen, was die letzte Szene war. Frau Weihnachten! Ich verstehe wirklich nicht, warum mir so viele Leute immer schreiben, dass ich mehr vloggen soll. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass es total windig ist hier gerade in Österreich. Und wir haben das Fenster zu in unserem Hotelzimmer und die Tür dort ist auch zu. Aber ich halte euch mal kurz neben die Tür, damit ihr mal hört, was hier für eine Geräuschkulisse gerade stattfindet. Hört ihr das? Und dann macht man die Tür auf. Alles weg. Tür wieder zu. Tür auf. Ja, ich glaube, ich sollte mal schlafen gehen. Kurzes Update zur Alpaka-Wanderung. Die sollte eigentlich schon längst stattgefunden haben. Deswegen dachte ich auch, dass ich eigentlich nur filme, wie ich hier nach Österreich fahre. Und dann kommt die Alpaka-Wanderung und dann ist der Vlog schon quasi vorbei. Stattdessen ist es jetzt so eine gequillte Scheiße und ich sage euch jeden Tag irgendwie was anderes, was ich mache. Und es hat gar keinen roten Faden. Also Freunde, das Update zur Alpaka-Wanderung. Heute ist der 25. Das heißt, morgen ist der 26. Die Alpaka-Wanderung findet morgen Mittag statt. Also morgen um 14 Uhr. Und das heißt, für euch ist es ja eh gleich, dass ihr die Alpaka seht. Aber für mich ist es quasi in 24 Stunden. Wisst ihr was? Dieser komplette Vlog macht bisher überhaupt keinen Sinn. Ich würde sagen, ich lasse euch jetzt in Ruhe und dann sehen wir uns morgen bei der Alpaka-Wanderung wieder. Wir sind angekommen bei gewissen Tieren, die ihr da hinten schon seht. Ich habe das gleiche Alpaka bekommen wie letztes Jahr. Da habe ich ja ein Foto auf Instagram hochgeladen. Und jetzt habe ich wieder Enrico. Der ist so süß. Der will nur schmusen. Enrico, sag mal was. Hallo, ich bin Enrico, der Allercoolste. Genau. Das ist der Anführer der Truppe. Der ist männlich und das sind alles Weiber. Und das da hinten sind auch alles Weiber und die sind geil auf Enrico. Frauenheld, Enrico. Ne? Ja. Nur wenige Minuten später. Enrico hat irgendwie nicht so Bock zu laufen. Ein kurzes Update. Enrico hat mich bisher dreimal angespuckt. Völlig zu Recht, du Arschloch. Ich wollte ihm einen Stock aus dem Feld ziehen. Er dreht sich um und spuckt mich an. Enrico und die wunderschöne Flusslandschaft Frontens. Ne, Enrico? Ich bin der geilste Motherf***er. Genau. Bisher ist die Wanderung tatsächlich überraschend langweilig. Enrico verhält sich relativ normal. Mich, ja, wie bereits gesagt, dreimal angespuckt zu Beginn. Aber sonst... Ich weiß nicht, wie geht's dir? Ziemlich beschissen, wenn ich dich so sehe. Ja, so geht's mir auch. Die anderen Alpakas haben bisher noch keinmal gespuckt. Enrico schon dreimal. Straight in mein Gesicht. Dein Statement dazu? Mit dir rede ich nicht mehr, du Apfelklücker. Sympathisch. Ach Leute, mein Leben könnte so schön sein, dass ich auf einer Wiese stehe und eine coole Zeit habe mit meinen Alpaka-Freunden. Aber stattdessen muss ich mit so einem Lauch durch Österreich laufen gebt. Diesem Video einen Daumen-Lol. Ja, also es läuft super zwischen uns. Wir machen hier gerade eine kleine Snack-Pause. Enrico juckt sich mal wieder einen Scheiß. Da, da, da. Fünf Minuten später haben wir uns beruhigt. Der frisst da Blätter, Gras, hier irgendwie so... Ich kann fressen, was ich will, du Pennergesichts-Arsch. Entschuldigung. Die kleine Ess- und Trinkpause ist beendet. Er hat mich gerade das fünfte Mal angespuckt. Er hat auch gar keinen Bock auf mich. Ich gehe so vor, er guckt die ganze Zeit zur Seite. Ach, da ist er wieder, beziehungsweise immer noch. Euer Alpaka-Tour gleich hin mit Enrico. Wann ist diese Scheiße endlich vorbei? Ja, unser Verhältnis ist immer noch echt super. Enrico und eine Gondelbahn, Seilbahn. Ne, Enrico, was sagst du dazu? Ich würde dich gerne umbringen. Ja, super. Noch mal ein kleines Update für euch. Unsere Tour ist jetzt gleich jeden Moment vorbei. Also wir laufen gerade wieder zurück, äh, gern Richtung, äh, Bauernhof und Enrico. Endlich getrennt von dir. Ja, so geht's mir auch. Ist echt spaßig. Die Alpakas haben wir wieder abgegeben. Hier draußen stehen jetzt nur noch die Weiber. Die machen halt immer Auge auf Enrico und so. War schön mit euch. Ihr, da seht euch glaube ich alle nicht so für mich. Da ist er wieder. Der beschissenste Vlogger auf ganz Europa. Auf ganz Europa. Meine Damen und Herren, es ist mittlerweile, ich habe keine Uhr an. Wir waren gerade noch Abendessen und waren danach in der Hotel... Allerdings gehe ich jetzt noch pennen, meine lieben Freunde, denn heute war der letzte Tag hier bei uns im Hotel. in Österreich und morgen reisen wir ab. Das heißt, ich würde sagen, ich nerv euch gar nicht mehr weiter. Ähm, wir sehen uns jetzt in Köln wieder, wenn ich zu Hause bin. Im Frisrat ein Apfel. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, anhand der ganzen Smileys hier in dem kompletten Zimmer. Ich bin zurück in Köln angekommen und will jetzt allerdings auch gar nicht mehr lange labern, sondern den Vlog an der Stelle tatsächlich auch beenden. Ich habe jetzt neun Tage am Stück gevloggt und ich glaube, der Vlog hatte überhaupt keinen roten Faden. Er hatte gar keinen richtigen Inhalt. Weil ich habe einfach nur immer, wenn ich Bock hatte, die Kamera rausgeholt und irgendwas erzählt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video. Da soll ich öfter irgendwie Alpaka-Wanderungen machen oder so. Schreibst mir gerne unten in die Kommentare. Folgt mir auf Instagram. Ich heiße dort laserluka. Habe dort auch ein Foto mit den Alpakas hochgeladen. Sogar neun Fotos habe ich mit den Alpakas hochgeladen. Also schaut ihr euch gerne an. Lasst ein Like da bei dem Bild da. Abonniert meinen Kanal, falls noch kein Teil der Vlogruhr seid. Und das Video ist jetzt auch vorbei.